Salamu alaikum, was geht ab? Ich hoffe jetzt einen schönen Tag. Herzlich willkommen zu diesem Video. Dieses Video ist ein sehr wichtiges Video und ich weiß, dass meistens diese Videos eher etwas weniger Reichweite machen, als wenn man Quatsch macht, als wenn man Sachen liegt, Fitna, dies, das, über andere redet. Und dementsprechend bin ich schon vorbereitet drauf, aber ich weiß, dass es Menschen gibt, die diese Videos besonders fühlen. Wenn du einer von den Menschen bist, dann lass unbedingt einen Kommentar da, lass ein Like da, damit man sieht, dass diese Themen auch belangvoll sind, dass diese Themen auch euch interessieren. Warum geht es heute? Es geht um Krankheit. Es geht aber nicht nur um Krankheit, es geht auch um Fake sein, anders sein. Sich vielleicht perfekt geben, damit man nicht Kritik kassiert im Internet. Sich vielleicht korrekt zeigen, obwohl man vielleicht auch mal unkorrekt ist. Sich glücklich zeigen, auch wenn man unglücklich ist. Ihr habt in der Vergangenheit oftmals gesehen, dass Menschen, Personen des öffentlichen Lebens, zu denen ihr aufschaut, die ihr jeden Tag guckt, die ihr feiert, auf einmal weg waren oder Probleme bekommen haben. Manche machen es öffentlich, manche machen es nicht öffentlich. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Luca Concrafter, der ein Video gemacht hat, der gesagt hat, ich brauche Hilfe. Das war vor acht Monaten, glaube ich. Der ist dann weg gewesen und hat sich inshallah auch berappelt und ist wieder da. Das gleiche trifft aber auch viele andere zu. Ich persönlich bin auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich war auch einen langen Zeitraum weg, weil es mir echt schlecht ging. So, auch psychisch schlecht ging. Aber es ist ein Problem, das öffentlich zu sagen, weil man dann schwach gilt. Leute verachten einen, die sagen, guck mal, die Mimose, der trägt das in die Öffentlichkeit, heule leise, solche Geschichten. Denn das Internet ist unkontrolliert. Das haben wir schon oft gesehen. Du kannst es auch schwer regulieren. Jeder kann sich einen Account machen, jeder kann was kommentieren. Jeder, der dich haten will, der kann es. Und die Menschen, die haten, sind oftmals in solchen Situationen härter und schlimmer da, als die Leute, die dir Liebe geben. Weil wenn dir auch viele Leute Liebe geben, das werdet ihr vielleicht nicht jetzt nachvollziehen können, aber das fühlt sich super und schön an. Aber wenn zehn Leute was Netzes schreiben und einer schreibt was extrem Verletzendes, an den einen, an den erinnerst du dich. Wenn dieser, wenn der sogar über Grenzen geht, wenn er auf Familie geht oder also persönliche Dinge. Ich meine nicht einfach ein random Wort, sondern wie zum Beispiel, ich hoffe du und deine Familie das und das passiert. Wenn dann vielleicht auch noch persönlichere Sachen aufgemacht werden. Und dieses Internet ist ein sehr ekelhafter Ort. Es ist einfach so. Gleichzeitig ist es aber auch ein sehr wichtiger Schritt gewesen für die Vernetzung der Menschen. Deswegen, ich verteufel das Internet nicht. Ich versuche das positiv zu nutzen. Aber jetzt ganz frisch gibt es ein Video von Unge. Unge ist ein Urgestein. Er streamt, er macht Videos und zwar schon sehr lange. Er wohnt inzwischen auf Madeira. Er hat hunderte von tausenden von Millionen von Fans, die ihm regelmäßig zuschauen, die ihn supporten. Und man müsste eigentlich meinen, der Typ ist ja auch Multimillionär. Man müsste jetzt eigentlich meinen, dem Typ muss es blendend gehen. Er hat ein sehr gutes Image in der Öffentlichkeit. Er hat viel Geld. Er hat viele treue Supporter, die ihm sehr viel Liebe schenken. Ich hoffe natürlich, dass er auch ein gutes privates Umfeld hat. Aber es kommt im Leben manchmal anders. Und der war sehr lange weg. Er hat ein Video gemacht, wo er erklärt, warum er sehr lange weg war. Ich mache euch immer mal wieder ein paar Einblendungen. Möchte ich euch heute ganz offen und ehrlich ein paar Dinge erzählen, die ich sehr, sehr lange schon mit mir rumtrage. Und die jetzt an der Zeit sind, ja, ausgesprochen zu werden, damit Leute auch wissen, was abgeht hier. Ich bin jetzt seit Monaten nicht mehr live. Ich habe seit Wochen kein Video hochgeladen. Also ich bin seit längerem schon in professioneller Hilfe. Also ich habe mir professionelle Hilfe gesucht. Ihr hört es direkt am Anfang. Er sagt, mir ging es schlecht. Ich war Wochen und Monate nicht live. Aber ich habe mir professionelle Hilfe gesucht. So. Erstmal Schock für die Leute. Ihr denkt euch jetzt, warum? Ich möchte euch da kurz was zu erklären. Dieses Business, in dem wir uns alle befinden. Auch ich, wie gesagt. Und vielleicht bist du auch ein Content Creator und kannst damit relaten. Das ist Gift für dich. Das ist Gift für den Charakter. Denn ich zum Beispiel bin jetzt live. Ja. Ich habe vielleicht auch mal einen schlechten Tag. Jemand schreibt was Doofes rein in den Chat. Wie gern würdest du jetzt etwas Doofes zurücksagen, was du privat könntest? Und wie oft machst du das nicht, um vielleicht kein schlechtes Vorbild zu sein? Oder versuchst dich zu kontrollieren, damit du keinen Shitstorm kriegst? Man muss an dieser Stelle ehrlich sein. Jeder muss sein Image wahren, damit dein Image oben bleibt, damit du weiter Geld verdienen kannst. Weil Menschen, die das hauptberuflich machen, deren Existenz hängt davon ab. Es ist seelisch extrem ermüdend und gleichzeitig extrem fordernd. Du kriegst die ganze Zeit Zuspruch und musst aufpassen, dass du nicht abhebst. Gleichzeitig kriegst du aber auch Hate und musst aufpassen, dass das deine Seele und deine Psyche nicht kaputt macht. Und das passiert halt leider oft. Und deswegen versuchen Menschen ihre Fehler oder ihre schwachen Momente zu verheimlichen. Dadurch baust du dir so eine Fassade auf. Die bist auch du. Das sind Seiten von dir. Leute denken, dass man dann fake ist. Das stimmt aber nicht. Man ist auch kein Heuchler. Also oftmals nicht. Es gibt welche, aber oftmals nicht. Du baust dann so in der Öffentlichkeit ein Bild von dir, von den guten Seiten und versuchst, die schlechten zu verstecken. Weil, ich habe gerade ja genannt, weil ihr da sonst platt gemacht werdet, Hate kriegt oder schlechte Kommentare, eure Psyche darunter leidet. Und so baut sich das auf. Und je länger du in dieser Bubble bist, deine Zahlen steigen, sagen wir mal. Und du denkst, du bist krass, du verdienst viel Geld. Sehr viele Leute lassen Liebe da. Und Reichweite ist ja das neue Geld. Viele verstehen das auch nicht. Wenn du heute jemandem sagen würdest, soll ich dir eine Million Euro geben oder eine Million Follower. Viele würden sich für die Millionen Follower entscheiden. Warum? Weil du damit natürlich viel mehr Geld verdienen kannst. Und weil Reichweite und Ruhm auf Platz 1 ist aktuell. Das ist viel wichtiger für die Leute, als Geld zu haben. Es ist auch natürlich ein Währungsmittel heutzutage. Dieses mit Story bezahlen ist ja ein echtes Ding. Ist ja eine Gegenleistung, die du kriegst. Du kriegst Werbung. Du bist eine Werbeplattform. Und dementsprechend, wenn du dir diese Reichweite aufbaust und du bist jemand, dann steigt dir das zu Kopf. Es ist auch mir zu Kopf gestiegen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wenn jede Story von dir über 100.000 Menschen sehen, wenn jedes Video fast eine Million Klicks macht oder richtig krass durch die Decke geht, wenn Menschen dir die ganze Zeit schreiben, wie toll du bist und wie gern sie in deiner Haut stecken würden, dann glorifizierst du dich selber. Du sagst, ich bin krass. Ich bin heftig. Und gleichzeitig gibt es aber diese Leute, die liest du meistens abends oder nachts in deinem Bett ganz still und heimlich. Und wenn du eine Partnerin hast oder eine Frau oder einen Mann oder sonst was, drehst du dein Handy sogar weg, damit die Person das nicht sieht. Und dann liest du dir auch diese Hate-Kommentare durch und die Hate-DMs durch. Und du sagst dir selber, ach, ich scheiß drauf. Das sagst du dir selber, aber du scheißt nicht drauf. Also viele können das zumindest nicht. Es nagt an dir. Und beim nächsten Video denkst du an die Worte, obwohl sie vielleicht unberechtigt gewesen sind. Und du versuchst, es jedem irgendwie recht zu machen, weil du bist Person des öffentlichen Lebens. Und genau das macht dich halt kaputt. Gleichzeitig verlierst du den Bezug zur Realität. Du hebst vielleicht ab. Und gleichzeitig gehst du innerlich kaputt. Bei Unge ist Folgendes passiert. Ich blende es euch ein. Ich leide seit vielen Jahren an einer Sozialphobie. Generell habe ich Probleme vor sozialen Interaktionen. Es hat sich mittlerweile so stark ausgeprägt, dass wenn ich Essen bestelle, dass es für mich so ist, dass ich einfach nur bete, dass irgendjemand hier ist, der das Essen entgegennehmen kann. Oder ich immer die Option nehme, an der Tür abstellen. Und dann warte ich, bis der Lieferdienst sozusagen wieder weg ist. Und dann nehme ich mir das und gehe ganz schnell rein in die Wohnung. Weil jede Begegnung mit anderen Menschen stresst mich krass. Das muss nicht im echten Leben nur sein. Das kann auch auf Social Media passieren. Ihr habt es gehört. Er hat eine Sozialphobie. Jetzt werden die ein oder anderen sagen, ja, das widerspricht sich schon wieder. Aber es widerspricht sich nicht. Die Menschen, die ihr seht, sie sind nicht so, wie ihr denkt, dass sie sind. Also die meisten zumindest nicht. Und das meine ich gar nicht negativ. Besonders Personen des öffentlichen Lebens können eine Sozialphobie entwickeln mit der Zeit. Ich zum Beispiel hatte einen sehr langen Zeitraum, auch so eine Art Sozialphobie. Ich möchte jetzt mich nicht selbst diagnostizieren und davon würde ich euch allen auch abraten. Aber ich habe auf jeden Fall versucht, Menschen zu meiden. So wie Unger es in seinem Video erzählt, dass er Essen bestellt hat und am besten kontaktlos angegeben hat, dass sie das Essen vor der Tür abstellen. Er schon vorher bezahlt hatte und er das Essen so reinnehmen kann. So eine Zeit hatte ich auch. Ich hatte auch eine Zeit, wo ich gescheut habe, mich mit Menschen zu treffen. Auch heute ist es teilweise so, dass ich lieber daheim bin mit Frau und Kind oder sogar alleine, lieber als in einer Menschenmenge. Weil Menschen verletzen dich, Menschen machen dich kaputt psychisch. Du hast vielleicht auch ein Problem damit, deinen Selbstwert zu erkennen, weil du eine Diskrepanz hast. Du denkst dir, du kennst ja deine Fehler. Du weißt ja, ich habe das, 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 das passt nicht so gut. Das, 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 das ist gut. Ich bin in der Balance, ich bin ausgewogen. Aber andere Menschen denken, du bist krass. Sonst versuchst du die Sachen an dir, die eigentlich völlig okay sind, dass du diese Fehler hast und diese Makel hast, die versuchst du auszublenden. Und dann bist du in einer Rolle. Und das machst du die ganze Zeit. Und das macht dich kaputt. Es ist so anstrengend. Auch im Kopf ist es anstrengend. Und dementsprechend meidest du diese Situation, weil du gar nicht in die Situation kommen möchtest, dass Menschen vielleicht mitkriegen, dass du nicht die Person bist, für die sie dich halten. Was aber unberechtigt ist. In den meisten Fällen. Aber es passiert. Ich habe einen Streaming-Marathon gemacht, wo ich 55 Tage am Stück live war. Mich jederzeit jeder beobachten konnte, sogar beim Schlafen. Was sogar Menschen, die absolut keine Sozialphobie oder nicht mal introvertiert sind, wahrscheinlich zu viel wäre. Also selbst extrovertierten Menschen. Was den meisten Menschen zu viel wäre, das habe ich einfach gemacht. mit einer sehr starken Sozialphobie. Weil ich irgendwie das Gefühl hatte so, yo, wenn Leute zum Beispiel Angst haben vor, keine Ahnung, Spinnen, dann nehmen die die in die Hand. Also seine Angst bekämpfen, indem man versucht, seiner Angst entgegenzutreten. Wisst ihr, was ich meine? Unge sagt, ich habe eine Sozialphobie. War aber gleichzeitig 55 Tage am Stück live. Jetzt kann man sich fragen, wie schafft man das? Wenn man doch eine Sozialphobie hat, wie kann man die ganze Zeit live sein? Das widerspricht sich. Er hat versucht, sich so zu therapieren. Und gleichzeitig, wenn man live ist oder ein Video dreht, dann ist man so, man hat eine Power, man brennt, man hat Energie, man redet zu der Kamera, man denkt sich, also ich denke mir immer, da steht ein Mensch, dem erzähle ich das gerade. Und das überspielt dann deine Ängste. Die Ängste, die kommen meistens vorher oder nachher. Und diese Ängste sind vorher so groß geworden bei Unge, dass er jetzt sich entschieden hat, sich zurückzuziehen. Er sagt gleichzeitig auch, macht euch keine Sorgen. Ich liebe das Leben und ich bin gerade dabei, mein Leben umzustrukturieren. Er macht auch Sport und er streamt auch weiter, aber nicht mit seinem Gesicht aktuell. Und ich möchte das Unge-Thema auch gar nicht zu groß besprechen in diesem Punkt. Ich nehme das als Aufhänger, um euch zu sagen, vielen Menschen geht es so. Sehr vielen Menschen geht es so. Und ihr geht dann kaputt da dran. Und das ist ein Problem an dieser Gesellschaft. Viele sagen, ich möchte gerne Influencer werden. Ich möchte gerne YouTuber werden. Streamer werden. Rapper werden. Die meisten Menschen, die ich aus der Szene kenne, sind sehr unglücklich. Es frisst dich. Es lässt dir keinen Raum zum Atmen. Du bist immer verfügbar für die Leute. Tausend Menschen wollen was von dir. Du fühlst dich unkorrekt, wenn du nicht antwortest. Du fühlst dich verpflichtet, diesen Menschen auch diese Zeit einzuräumen. Und das engt dich ein. Du hast irgendwann keine Hobbys, kein Privatleben mehr. Alles, was du gerne machst, das filmst du und zeigst. Dann ist das Arbeit. Irgendwann ist es so. Irgendwann machst du es auch, wenn du gerade keinen Bock drauf hast. Zum Beispiel, du zockst ein Spiel. Und du bist gut daran und du hast Spaß dran. Du entscheidest dich zu streamen. Du streamst sieben Tage. Am achten Tag hast du keinen Bock, das Spiel zu spielen. Aber deine Zuschauer warten. Also spielst du das Spiel trotzdem. Du kommst in so eine Verantwortung, in so eine Schleife rein, wo du gar nicht mehr rauskommst irgendwann. Und es frisst dich auf mit der Zeit. Nicht nur Unge, viele andere auch. Rapper nehmen sich auch regelmäßig Auszeiten von dieser ganzen Szene, um zu sich zu kommen. Und ganz wichtig ist es, dabei eine Person zu haben, die dich auffängt. Ich habe das in Form meiner Frau und meinem Kind. Und ich bin Allah SWT dankbar dafür, dass ich diese Menschen in meinem Leben habe. Ich habe natürlich auch meine Familie, die mich auch auffängt. Aber manche Menschen haben das nicht. Die ziehen durch. Und diese Probleme, die sie haben, die schlucken sie runter. Weil man ja sonst als Lappen gilt. Weil man dann als schwach gilt. Was ja kompletter Quatsch ist. Aber die Menschen stehen nicht in der Öffentlichkeit zu den Problemen, die sie auf dem Herzen tragen. Und ich habe mich entschieden, schon vor langer Zeit, dass ich das anders machen möchte. Dass ich auch ein Vorbild sein möchte. Auch für andere Menschen. Dass ich meine Stimme auch nutzen möchte, um diesen Menschen zu helfen. Das heißt, für euch, es ist schön, ein Vorbild zu haben im Internet. Aber lobt die Menschen, die ihr seht, nicht einfach grundlos in den Himmel. Und gleichzeitig nehmt euch sie nicht als Vorbild im Sinne von, ja, der ist ja perfekt. Der zeigt nur die perfekte Seite. Ich muss vielleicht auch so sein. Weil das kann auch dazu führen, dass Menschen Personen des öffentlichen Lebens sehen. Sehen, wie makellos doch dieses Image ist, was präsentiert wird. Das verwechseln mit dem echten Leben. Und versuchen, selber so zu sein. Und auch dann wieder in diese Schleife reinrutschen. Dieses perfekte Ich, das gibt es nicht. Du bist perfekt, so wie du bist. Perfekt heißt aber nicht fehlerfrei. Perfekt heißt genau so, wie es sein sollte. Und das bist du. Und das bin ich. Und das sind auch alle anderen. Und dementsprechend misst euch nicht an einer Messlatte, der ihr nicht gewachsen seid, weil sie einfach unrealistisch ist. Das gilt für alle Personen des öffentlichen Lebens. Jeder hat seine Probleme. Jeder hat seine Wehwehchen. Und wenn du unter einem Video was Schlechtes kommentierst, dann lass es. Kritik ist was anderes. Anfeindungen ist was anderes. Lass es. Jeder Mensch, jeder Content Creator liest seine Kommentare. Lies, was die Menschen zu ihm schreiben. Und egal, wie hart du bist. Egal. Egal, wie krass du dich zeigst im Internet. Es nimmt dich auseinander. Es macht dich psychisch fertig, wenn Menschen über dich nicht nur urteilen, sondern dich verurteilen. Das sagt übrigens auch Unge in seinem Video. Es ist sehr, sehr krass. Zweischneidiges Schwert. Ich liebe es zu streamen. Versteht mich nicht falsch. Ich liebe es. Das ist mein liebstes Hobby auf der Welt. Ich liebe es zu streamen. YouTube-Videos zu machen. Ich liebe das so sehr. Ich mache das so gerne. Ich mache das so lange jetzt schon. Und ich mache das so, so gerne. Ich liebe das, eure Kommentare zu lesen. In Chats zu lesen. Ich liebe das. Auf der anderen Seite ist es für mich eine krasse Überwindung, jedes Mal mich vor eine Kamera zu setzen. Und das Gefühl zu haben, ich werde jetzt beurteilt, verurteilt. Das ist so ein wichtiger Punkt. Denn wir sind hier auf einer Bühne. Du kannst alles kritisieren an mir und mich für alles verurteilen. Das ist deine Möglichkeit. Und wenn es andere Menschen sogar sehen, die vielleicht auch denken, ja, ist doch cool, jemanden zu kritisieren. Also nicht kritisieren, sondern fertig zu machen. Zu mobben, schlecht zu machen, klein zu reden. Die liken das dann vielleicht hoch. Dann siehst du das. Dann hat so ein Kommentar, was weiß ich, 50 Likes. Und da steht was drin, wie zum Beispiel, boah, ich kann mir den Typen gar nicht geben. Dann zieht dich das runter. Und das passiert einmal und zweimal und dreimal. Und wenn du das jahrelang machst, dann siehst du das immer wieder. Und du denkst dir, es gibt da so eine Gruppe von Menschen, die hasst mich abgrundtief. Ja, dann soll man sich auch nicht ins Internet setzen, sagen viele. Stimmt, aber irgendwo auch nicht. Denn du willst doch auch nicht sterben. Aber du fährst Auto. Beim Autofahren ist natürlich ein gewisses Risiko mit dabei. Aber du willst es ja nicht. Dein Bestreben ist ja nicht, dass das eintritt, dieser Fall. Und die meisten gehen ins Internet, genau mit der gleichen Absicht. Ja, es könnten Leute mich haten. Das Risiko gibt es. Aber ich habe gute Absichten. Und ich versuche, gute Werte zu vermitteln. Und ich nehme dieses Risiko in Kauf. Nur, dass eben bei dieser Internetgeschichte du nicht auf einen Unfall warten musst, der dann zufällig passiert. Oder durch Unachtsamkeit. Sondern, dass einfach Menschen Spaß daran haben, dich zu mobben, dich runterzumachen, dich zu kritisieren. Und wenn du dann als Content Creator dich sogar angegriffen fühlst davon, traust du dich nicht mal, was dazu zu sagen. Weil du denkst dir, ah, ich will der Person keine Reichweite geben. Ich will der Person keine Bühne geben. Ich will die Person nicht größer machen, als sie ist. Und gleichzeitig, die Leute, wie reagieren sie? Sie sagen, du bist doch der Große so und so und so. Wie kannst du dich über so einen Kommentar aufregen? Sei doch keine Mimose. Heul mal leise und hör auf und so. Du bist dann in einer Position, dass die Leute dich belächeln. Dafür, dass du vielleicht sagst, das hat mich verletzt, was jemand geschrieben hat. Aber wir sind doch auch Menschen. Wenn diese Kamera hier aus ist, ich gehe doch auch auf Klo. Ich esse, ich trinke, ich schlafe. Ich gehe genauso zu Lidl, meine Einkäufe machen. Ich gehe genauso mein Auto tanken. Ich zahle genauso meine Steuern. Ich mache genau das Gleiche wie ihr. Wenn ich aufstehe, putze ich meine Zähne. Hoffentlich. Macht ihr das alle. Und dann ziehe ich meine Socken, meine Boxershaut an, meine Klamotten an. So. Manchmal schlafe ich auch länger. Manchmal habe ich auch so gelbe Pünktchen in meinem Auge drin. Passiert. Wir sind ganz normale Menschen. Ich bin nicht perfekt, nicht annähernd. Ich habe meine Fehler. Man kann nur versuchen, so ehrlich wie möglich zu sein im Internet. Und das versuche ich schon so lange. Und viel Reichweite ist deswegen verloren gegangen, weil die Leute dieses perfekte Image mehr fühlen. Die fühlen entweder, du bist so ein Hardliner und gehst die ganze Zeit auf Fitner-Themen und biefst dich mit anderen und so ziehst dich an solchen Sachen hoch. Oder du machst diesen perfekten Content. Aber wenn du, ich sage mal, Content machst, wo du dich nicht perfekt zeigst, wo du deine Fehler zeigst, wo du über solche Themen redest, wo du dir nicht zu schade bist, wo du dich nicht schämst, solche Themen anzusprechen, wo die Leute auch deine, ich sage mal, verletzliche Art oder deine menschliche Art sehen, da bist du nicht mehr perfekt. Und viele wenden sich von dir ab, weil sowas wollen sie nicht sehen. Sie wollen sich auch gar nicht reflektieren. Warum gehen so Videos durch die Decke, wo sich zwei Leute streiten? Das ist Entertainment. So wie die Leute früher in Gladiatoren-Arenen gegangen sind, so gucken sie sich heute TikTok-Livestreams an oder Beefs auf YouTube. Und warum gucken die Leute solche Videos wie das hier, was wahrscheinlich deutlich weniger Aufruf, viel weniger Aufrufe machen wird, als die anderen Videos? Weil man sich so einen Spiegel vor die Nase hält und man hat Angst, in diesen Spiegel zu gucken, weil man hat Angst, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Man sucht Zuflucht im Internet und will dort nicht therapiert werden. Also die meisten jedenfalls. Aber genau das ist der Fehler. Diese Bubble, diese Blase, dieses Internet ist schon lange kein Sidegame mehr. Es ist überall verankert. Es ist unser Mainpunkt in unserem Leben geworden. Es beeinflusst alles. Und wenn das eine Scheinwelt ist, dann ist hier irgendwann diese Scheinwelt so krass verankert, dass wir mit uns selber nicht mehr zufrieden sind. Und diese Diskrepanz macht euch dann fertig. Dementsprechend, es war ein zähes Thema, aber ich hoffe, ihr seid gut mitgekommen. Ich hoffe, ich konnte euch etwas geben mit diesem Video. Dass ihr was mitnehmt, dass ihr wisst, wie ihr selber euch vielleicht verhalten sollt in Momenten, wo ihr selber denkt, ihr seid vielleicht nicht gut genug, weil andere sind so und so. Und gleichzeitig, dass ihr die Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, nicht verherrlicht und gleichzeitig sie auch nicht zu stark kritisiert für Fehler, die sie machen. Wir sind am Ende des Tages auch nur Menschen. So wie du. Deswegen lasst gerne ein Like, lasst einen Kommentar da, denn auch ich bin natürlich mit diesen Videos, die meine Familie ernähren, angewiesen drauf. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du kostenlos dieses Video einfach unterstützt, indem du Support und Liebe da lässt. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe wirklich, dass Menschen was mitnehmen von diesem Video, vom ganzen Herzen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, passt auf euch auf und Peace. Bis zum nächsten Mal.